hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von glatt rasiert ja heute sollte rasiert werden und ich habe eigentlich gar nicht so richtig viel zeit wir haben nachher noch einen termin wir müssen nachher noch aus dem haus da muss es heute etwas flotter gehen also soll man schnelles ding werden hier schließt sich ja fast gegeneinander aus schnelles ding und ich hier beim rasieren aber wir versuchen es heute also für alle neueinsteiger so in herze oder in eile und dann mit der klassischen nass rasur anzufangen mit dem rasierhobel wenn ihr da einsteigen das verträgt sich eigentlich nicht nimmt euch zeit zum rasieren schafft euch ein umfeld wo ihr nicht gestört werdet und versucht das so ein bisschen zu zelebrieren also wie gesagt macht so zeitdruck und eile morgens job 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 im badezimmer muss gleich los vielleicht zur arbeit oder so das verträgt sich eigentlich nicht sind euch da wenn ihr jetzt einsteigt hier gerade in dieses thema entsprechend zeit so wird man heute ein bisschen gas geben ich habe mir ein setup zusammengestellt gestern schon heute will ich mich mit ihm hier rasieren das ist ein schöner vintage rasierhobel das ist der gillette black handle superspeed so nennt sich dessen tto hier unten kann man ihn aufdrehen dann öffnen sich hier die flügeltüren wie von geisterhand ja ein schöner vintage hobel wurde gebaut von 1966 bis 1988 das war so mit der hobel der quasi in den usa das licht ausgemacht hat wenn man so will das waren die letzten rasierhobel die in den usa produziert wurden bis 1988 lief da die produktion und da war er hier einer der letzten zusammen mit ihm das ist der gillette black beauty den hatte ich auch schon gezeigt in einem video hier in der version mit langen griff die beiden wurden beide bis 1988 gebaut also das waren die letzten rasierhobel die in den usa von gillette gebaut wurden und ab dann gab es dort nur noch wurden dort nur noch systemrasierer produziert er ist hier gemarkert mit den datumscode m2 das bedeutet kommt aus dem zweiten quartal 1967 so weit ist hier schon ein toller toller rasierhobel in einem relativ super erhaltungszustand der soll es heute werden damit wenn wir uns hier die stoppen aus dem gesicht kratzen nutzen wollen wir diese klinge hier auch von gillette das ist die gillette 7 o'clock super platinum ja der gillette super speed hat ja eigentlich seinen namen nicht weil er so ein schneller rasierer ist und wir uns damit jetzt schnell rasieren können weil wir in eile sind sondern man kann das hier sehen in dieser in der mittel steg hier hat er hier so kleine ecken ja und früher gab es zum befüllen waren die klingen vielfach in solchen schnell lade patron sage ich mal da konnte man die klinge hier so rausschieben und dann hakte man einfach die klinge hier nur hinter diese diese kleine ecke zog dann und dann war die klinge hier drin ich kann das jetzt einmal vormachen zack so deswegen hat der super speed seinen namen super speed weil man ihn eben super schnell beladen kann die klinge wollen wir aber rausnehmen wir heute nicht benutzen sondern wir wollen diese hier nutzen die gillette 7 o'clock super platinum ist relativ scharfe klinge passt ganz gut zu ihm weil er eigentlich ein rasierer ist der sie mild ist also eine kombi milder rasierer scharfe klinge oder auch aggressiver rasierer milde klinge das eigentlich immer eine relativ gute kombi da kommt man relativ gut klar mit wir werden jetzt gleich einmal hier auspacken und auch gleich den rasierer klar machen dann ist er schon fertig packen wir hier einmal aus doppelt eingepackt die gillette 7 o'clock auch günstige klingen werden produziert in indien tolle klingen komme gut mit zurecht und nutze ich denn auch häufig wenn ich die alten gillette vintage rasierer nutze jetzt mal so einlegen haken wir hier hinter in der diese kleine vorsprung hier zeigten ob es ist sie drin einmal verschraubt hier schön zugedreht immer gucken wie der klingensitz ist sitzt schön mit sich drin wunderbar der ist fertig Gesicht werden wir einmal kurz nass machen und uns dann etwas pre-shape gönnen und zwar das Pro Rase Protetivo. Das schützt so klein wenig die Haut, weicht den Barten klein wenig an und bildet so einen kleinen schützenden Hautfilm. Schon wieder habe ich neulich erst im Video gesagt, so einen kleinen Schutzfilm zwischen Haut und Klinge nachher. Das sind so die Vorteile eines Pre-Shakes. Also die stoppen an, obwohl die eigentlich schon vom Duschen genügend angeweicht sind, aber bilden so einen kleinen Schutzfilm auf der Haut und lassen nachher die Klinge auch noch ein klein wenig besser gleiten. Ja, das ist die Seife, die wir heute gleiten lassen wollen. Das ist die Pomericcio. Da warnen wir heute mal nach, weil das ein toller, toller Duft ist von Qingfung-Sing. Ist ein Produkt. Das riecht toll. Aus Italien. Qingfung-Sing war ein Japaner, bin ich der Meinung, oder ein Chinese. Ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube, ein Chinese war es, der 1930 nach Italien ausgewandert ist. Wurde da im Zweiten Weltkrieg interniert und was weiß ich. Und ja, der hat Seifen hergestellt. Und hier habe ich eine schöne Kombi. Das ist eine ganz tolle Kombi. Pomericcio heißt das, wie gesagt. Das bedeutet so viel wie Nachmittag. Und ja, so ein klein wenig an so Nachmittag-Quickie wahrscheinlich erinnern. Das ist hier ein super toller, angenehmer Duft. Löst bei mir sofort Wohlbefinden aus, wenn ich dran schnuppere. Das ist ein klein wenig süßlicher, blumiger Moschus-Duft. Ganz, ganz hervorragend. Also den liebe ich, wie verrückt. Sind viele tolle Inhaltsstoffe drin. Flieder ist hier drin, Jasmin, Rose, klein wenig Holz ist drin, Vanille ist ein kleiner Schuss drin, Moschus und Patchouli. Und ja, viele sagen, also wenn sie, das hat so eine ganz leichte Schweißnote. Also wenn man jetzt so an Schweiß denkt, Schweißgeruch, dann ist man nicht so angenehm. Das ist quasi eine angenehme Schweißnote. Also ich kann es gar nicht genau sagen. Ganz, ganz toller, irgendwie auch verführerischer Duft, der auch so ein klein, wenn ich an so ein Nachmittag-Quickie, wenn man mich mal so fragt, erinnert. Wirklich. Es ist ein ganz, ganz interessanter Duft. Mag ich unheimlich gerne. Pomericcio relativ günstig auch zu bekommen. Bei Dambiro bekommt ihr die oder auch bei About Bodycare. Den Stoff hier gibt es immer noch. Die Flakons hat man mittlerweile so ein bisschen entschärft. Also die Ladies oder die Ausführungen hier, da gibt es drei, noch eine Abend, glaube ich. Sarah heißt die dann. Da war auch eine Lady drauf. Die hat man so ein bisschen entschärft. Die haben jetzt andere Labels hier irgendwie. Die Flaschen sehen auch ein bisschen anders aus. Schade, man bekommt die sehr schweren Restbestände. Das ist jedenfalls hier ein toller Stoff. Die anderen kenne ich gar nicht. Das wollen wir heute benutzen als Seifen-Aftershave-Kombi. Ja, aufschäumen wollen wir die Seife denn mit diesem Pinsel hier von PAA. Das ist der Astreos, so nennt sich der. Ist ein 22-Millimeter-Knoten-Synthetik-Knoten-Mikro-Super-Future-Hybrid, nennt sich der. Ganz, ganz weicher, schöner Pinsel. Passt auch irgendwie farblich hier zu diesem Setup. Und damit werden wir gleich hier die Seife jetzt einmal hier direkt im Container aufschlagen. Wir machen den einmal nass, den Pinsel hier unten in meiner kleinen Schüssel. Ich habe hier so eine kleine Schüssel. Die habe ich, glaube ich, auch noch nie gesehen. Kann ich euch zeigen. Die steht hier unten im Waschbecken. Da spüle ich dann meinen Rasierer drin aus. So muss ich in diesem ganzen Waschbecken hier voller Wasser laufen lassen. Also Wasser ist ja auch mittlerweile fast schon knapp. Ist gut, kann man sagen. Da dippe ich jetzt den Pinsel einmal ein. Dann nehmen wir uns hier die Pomericcio Pinsel einmal ausschlagen. Und dann schlagen wir hier die Seife direkt im Container auf. Der Knoten ist jetzt nicht so groß. Also das wird hier ganz gut funktionieren, denke ich. Gleich will ich Wasser gleich noch dazu. Und dann schäumen wir hier im Gesicht gleich auf. Also wenn es schnell gehen muss, da braucht man dann nicht extern noch irgendwie. So reicht das schon. Und jetzt nehmen wir uns hier ordentlich. Wir haben uns Seife abgenommen aus dem Container. Raub aufs Gesicht. Ein bisschen Wasser dazu. Und dann bekommt man auch super Schaum hin. Wenn es schnell gehen muss, da muss es eben schnell gehen. Da muss man sich eben so ein bisschen nach der Decke strecken. Ja, also wie gesagt, ihr solltet euch, gerade wenn ihr einsteigt in die Nestrasur, einfach Zeit nehmt zu rasieren. So Hektik, morgendliche Hektik vielleicht oder etwas, was weiß ich, Ablenkung. Wenn die Kinder da um einen rumwieseln oder so, das vertriecht sich meistens nicht. Kann ich euch nur raten. So, das ist der Schaum. So kann er bleiben, denke ich. Heute auch kein T-Shirt, T-Shirt an. Nachher wird sich schnell gedresst und dann geht es nämlich aus dem Haus sozusagen. Jetzt müssen wir hier einmal kratzen. Ja, 46 Gramm liegt er. Er hat eine Grifflänge von 7,6 Zentimeter. Also das ist, ja, Standard sozusagen. Zwei Durchgänge von oben nach unten, von unten nach oben. Ich habe hier so einen kleinen Dipsel. Das ist ein kleiner Pickel gewesen, da habe ich mir rein rasiert. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich werde heute auch nicht so in kleinen, kurzen, sich wiederholenden Zügen hier rasieren, sondern mache das relativ in langen Zügen, damit die Haut nicht so gestresst wird. Ich fange hier einmal an, sehe ich ihn einmal an und ziehe hier so in relativ geraden Bauen runter. Also die Gillette Vintage Rasierer sind in der Regel, wenn sie jetzt nicht die Verstellborn sind, milde gesellen. Also das sind keine aggressiven Rasierer. Damit kann man sich eigentlich relativ gut rasieren. So, das muss reichen. Macht auch noch nicht Sound. Das liegt auch daran, wie gesagt, so meine Meinung, dass die Klingen hier nicht so richtig fixiert sind. Also fixiert sind sie natürlich, aber nur an zwei kurzen Stellen letztendlich, wo sich die Bügel von unten nach oben drücken, wird sie gehalten, die Klinge, und liegt sonst hohl. Und das macht diesen Sound, dieses Geräusch, wenn man will. So, okay. Erster Durchgang. Ganz, ganz prima für das Gesicht. So, jetzt können wir es nicht nett machen. Die Glätte ist soweit im Ordner, finde ich. Dann können wir uns hier nochmal den Charme so ein bisschen aus dem Knoten holen. Und immer so ein bisschen Schäumen im Gesicht. Wirklich viel, viel Schaum da. So, das reicht schon. Ja, aber die nächste Rasur wird dann wieder ein bisschen ausfühlen. Also wie gesagt, ich muss zusehen, dass ich so einigermaßen hier im Zeitfenster bleibe. Dann machen wir den zweiten Durchgang von unten nach oben. Also muss heute auch nicht super, super glatt werden, so dass man außen ausgehen kann, das reicht. Dass man da nicht irgendwie stoppelig unter die Leute tritt. Hier oben ist das Ding, wo ich mich neulich reingeschnitten habe, weil so ein kleiner Pickel. Wollen wir ihn nicht unbedingt zum Bluten bringen hier. So. Müssen wir uns heute mal bereilen. Das nächste Mal wird es wieder ausführlicher. Aber es geht ja auch. Also wenn ich mir so die Videos anschaue von Ken Surfs zum Beispiel, die schaue ich ganz gerne. Den YouTuber aus Kalifornien. Die sind alle immer nur so 15, 16 Minuten und unterhalten mich auch gut. Also muss gar nicht so lange sein. Also meiner Meinung nach. So, jetzt gehen wir hier schnell nochmal so über. Normalerweise soll man jetzt hier ja das nicht machen, da rasieren, wo keine Seife ist. Jetzt, ich mache das jetzt einfach mal, wie gesagt, weil die Zeit knapp ist. So. Das ist jetzt auf jeden Fall eine Glätte, mit der kann ich aus dem Haus gehen. Also es ist nicht super glatt. Ich könnte jetzt hier noch ein paar Mal übergehen, aber dann habe ich auch wahrscheinlich wieder rote Stellen. Das will ich jetzt auch nicht. Rote Stellen sind immer nicht so gut vorzeigbar, finde ich. Hat dann wieder gut gemacht. Also ein guter Alltagsrasierer. Wer sich täglich rasieren möchte, kann das mit diesen Vintage-Dingern von Gillette echt toll machen. Der ist hier ein klein wenig teurer jetzt als vielleicht ein Gillette Tech oder so. Aber bekommt ihr auch unter 30 Euro irgendwie. Müsst ihr mal schauen. Ebay kleiner zeigen oder Ebay. Wunderbar. Dann gibt es jetzt ein bisschen kleine Säger. So, kurze Kontrolle, nichts offen, blutet nichts, nichts gereizt. Also das ist eine tolle Kombi hier. Ist eigentlich auch kampferprobt hier die beiden. Die Gillette Seven O'Clock Super Platinum und er hier. Oder überhaupt die Gillette Hobel. Das passt einfach ganz gut. Die Klinge nutze ich viel, wenn ich eben diese Vintage-Gillette Hobel benutze. Also das kann man wirklich gut machen. Und wie gesagt, diese Klingen sind auch eine günstige Nummer. Und man bekommt ja auch über Razor Blade Club zum relativ guten Kurs. Also relativ günstig die Klingen. Ja, das soll's gewesen sein, denke ich. Dann können wir das Gesicht auch schon abtupfen. Und dann kommt das Aftershave auf. Und dann sind wir relativ schnell durchgekommen. Meine Frau wollte das auch gar nicht glauben, dass das auch schnell geht hier. Ah, das dauert doch wieder. Dann kommen wir wieder zu spät. Nee. Ich schüttel hier den ganzen Kram. Einmal Pomeriggio. Diesen tollen, ja, Nachmittagsquickie-Duft sozusagen. Also wirklich, ist eine ganz, ganz tolle, ähm, ne, eine ganz, ganz tolle Duftkomposition hier. Es geht ordentlich was in die Hand hier. Eine schöne, 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 pötze. Ja. Morscheus Patchouli. Und wie gesagt, ein bisschen Blümelig. Äh, das ganze, klein wenig Vanille drin. Ich weiß gar nicht, was diesen, was diesen leichten Schweißgeruch hier, ja, wenn man das, wenn man das überhaupt so bezeichnet kann, ausmacht, wie der jetzt hier zustande kommt. Oh, ganz wunderbar. Oh, herrlich. So, ist auch, äh, ja, relativ langanhaltend hier diese, ähm, äh, Düfte von, äh, Ching Fung Sing. Äh, ja, herrlich. Tolle Rasur. Tolle Rasur in relativ kurzer Zeit. Wunderbar. Wir brauchen keinen Erlauben. Gar nicht. Ich mache jetzt auch keine große Pflege noch ins Gesicht oder so. Äh, ich gehe jetzt so aus dem Haus, äh, schnellen Hemd über. Und dann war's das. Und dann bin ich ready. Und dann sind wir noch gut in der Zeit. Alles bestens. Wunderbar. Hervorragend. Ja, äh, ich, ich wollte eigentlich schon auf die Rasur verzichten heute. Und hab gedacht, ach, scheiße, das geht auch nicht. Nee, kannst du auch nicht machen. Ja, du musst hier online gehen. Nutzt nichts. Mach das halt mal schnell. Hab ich jetzt gemacht, hab ich bewiesen, dass das auch einigermaßen schnell geht. Vielen Dank fürs Reinklicken hier. Dass ihr euch das schnelle Ding hier schnell mal angetan habt. Würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Dann wird's auch ein bisschen ausführlicher wieder, wenn ihr das mögt. Äh, und, äh, ja, dann können wir uns dort gerne wiedersehen. Ich mache mich jetzt langsam auf die Socken. Bleibt gesund und munter. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. Musik 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 Musik